Wir sind das erste mal dieses Jahr wieder in der Trampolin Halle und auch zum allerersten mal hier in dieser Halle und zwar im Superfly in Düsseldorf. Sag nochmal, ich wollte sagen in der besten Stadt. Dann sag du und dann sag ich nur Düsseldorf. Das weiß ich gar nicht, was ich gesagt habe. Wir sind zum ersten mal dieses Jahres hier, ne. Wir sind zum ersten mal in diesem Jahr in der Trampolin Halle und auch das erste mal überhaupt in dieser Halle und zwar im Superfly in der besten Stadt der Welt. Nämlich in Düsseldorf, ja Selemann. Deswegen vielen, vielen Dank schon mal an Superfly in Düsseldorf, echt korrekt. Die haben uns hier ein bisschen eher reingelassen, das heißt wir haben die ganze Halle für uns alleine. Und wir probieren jetzt einfach alles mal aus, würde ich sagen, oder? Genau, das ist auch für uns neu, die haben wir noch nie gesehen. Ja. Was denn? Zum Beispiel das da, was ist das? Wir testen einfach alles. Wir gehen überall einfach mal hin. Und versuchen uns nicht die Knochen zu brechen. Lasst gerne ein Like, dafür mehr Trampolin Action. Vielleicht, wenn dieses Video 10, 20.000 Likes hat, sieht Superfly, dass ihr alle Bock habt auf Trampolin Videos und die lassen uns hoffentlich öfter rein. Dann ziehen wir auch mal durch hier. Dann gibt es wieder regelmäßig Trampolin Videos. Aber nur wenn du es schaffst, da rüber zu kommen. Ich schaffe es. Ohne Kapuze zu gehen. Boah, einfach der Heftiger. Ich glaube es ist Heimrekord hier oder? Guck dir das an, was sind die Türme, Jung, was ist vor? Ab zu den Türmen! Sind wir hier beim Schachspielen oder warum gibt Dir Türme? Erst mal versuchen auf andere Seiten zu kommen. Ja, sah gut aus, sah gut aus. Clean, man, motherfucker. Auf zum Turm. Zum Türmchen? Glaub ich da jetzt alleine runterrutsche. Willst du mit mir runterrutschen oder was? Hier oben sieht schon hoch aus, ja? Oh mein Gott, ja gut. Du darfst auf jeden Fall anfangen, würde ich sagen. Wie soll das denn gehen? Oder ich breche mir alle Knochen, glaube ich. Ja, du machst das schon richtig. Und dann halt rutschen, bin drauf. Okay, drei, zwei, eins. Alter, du bist ja auch noch mal weit geslide. Letzte Worte. Ich mach das nicht. Wir sind hier schon fast im Himmel, Junge. Vielleicht auch danach, je nachdem wie du dich anstellst. Nein, 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 nein. Die machen schon Licht aus, Bruder. Feierabend. Oder bei dir gleich auch Licht aus. Ich sag dir, wie es ist. Oh mein Gott. Ui, ui, ui. Ja, jetzt gibt's keinen zurück. Nein, 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 nein. Ich kann das nicht. Ich schwöre, ich kann das nicht. Ich kann da nicht loslassen. Hab's mir doch wieder anders überlegt. Nein, 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 okay, okay. Mach einfach Augen zu, besser ist das, glaube ich. Puh. 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 ja 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 lauf jetzt die wand da hochkommt ja ja das ist irgendwie lustig das ist lustiger ich habe euch eben von dem geheimen raum erzählt und zwar ist das die x arena hier wir waren da eben kurz drin das ist geisteskrank das ist geisteskrank ich würde hier einziehen wenn es gehen würde also super fly wenn er ein mitbewohner braucht ich ziehe ein ist kein problem und jetzt gönnt euch das sollte denken wo sind wir denn hier ja sind wir im wald hier guckt euch das an guckt euch diesen das ist ein ninja parkour stehen an das war ja kindergang was ich gerade gemacht habe ich sage euch ehrlich wenn ihr bock habt dass wir hier mal ein riesen ninja parkour video machen vielleicht auch mit ein zwei anderen boys ich stelle mir den mo hier und noch mal lustig vor lassen schon wieder was ja der besteht doch zur hälfte aus metall lasst gerne leichter da machen wir ein komplettes video das würde jetzt den rahmen sprengen ja das springt den rahmen und auch meine idee haben und außerdem kann ich nicht mehr ich bin schon so kaputt an guck dir das an man es gibt so viel hat sogar durch klettern ist mein neues appartement wir testen jetzt ein zwei dinger davon auf jeden fall aber eigentlich macht man diesen ganzen parkour an einem stück aber ich weiß nicht dafür habe ich keine kraft mehr ich würde sagen wir testen mal hier heute dreht sich alles mehr um trampolin deswegen testen wir hier diesen kleinen trampolin parkour es gibt im parkour ist noch ein parkour nice ok ja schon drauf ich brauche diese stupe nicht einfach der profi da ist er weg da musst du durch stabil hier geht es lang stabil feuer wenn man zwei alarm 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 kliemann alarm so geil das ist so geil guck mal wie das aussieht das sieht so aus wir stehen hier auf einem hochhaus und springen wir bringen uns jetzt praktisch selbst um ja egal einfach gebäude zerstört der junge der kratzer war schon sehr viel spaß muss man sagen leute aber passt hier auch auf eure knochen auf danke an super fly lasst auf jeden fall ein like da wenn wir noch mal vorbeikommen sollen dann machen wir den anderen raum klar und wenn ihr eine trampolin halle sucht hier in düsseldorf ich schwörs euch die ist wirklich geil alter wir waren zum ersten mal hier aber die ist so bei weiter das erste mal war schon mal sehr gut und das ist nicht oft so ne also das ist einfach leichter haut rein